Hallo, willkommen zu einer weiteren Folge von Corona Aktuell, dem Podcast der Bundesregierung. Ich bin Sven Siebert, ich bin Journalist und ich spreche hier mit Mitgliedern der Bundesregierung und Leitern von Bundesbehörden über das, was in der Corona-Krise passiert. Wir haben hier zuletzt über die Impfstoffentwicklung gesprochen, über die Situation in den Familien oder über Verschwörungstheorien über die Pandemie. Heute habe ich als Gesprächspartner wieder einen Staatssekretär. Diesmal ist es Markus Richter aus dem Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat. Er ist Regierungsbeauftragter für Informationstechnik. Man nennt ihn auch Chief Information Officer der Bundesregierung oder CIO-Bund. Markus Richter ist promovierter Jurist. Er hat in Münster studiert und dann im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Karriere gemacht. Auch dort war er für die Digitalisierung zuständig. Zuletzt war er Vizepräsident dieser Bundesbehörde. Guten Tag, Herr Richter. Schönen guten Tag, Herr Siebert. Herr Richter, Sie sind erst seit einigen Tagen in der Bundesregierung. Seit dem ersten Mai sind Sie Staatssekretär. Konnten Sie sich überhaupt schon einen Überblick über Ihre Aufgabe als CIO verschaffen? Also die Themen sind mir ja nicht komplett neu. Ich hatte ja auch schon vorher in dem Themenfeld innerhalb des Geschäftsbereichs des BMI zu tun. Aber klar, es ist nochmal eine ganz andere Perspektive. Ich muss sagen, in den ersten Tagen habe ich die Kolleginnen und Kollegen schon teilweise kennenlernen können, soweit das unter Corona-Bedingungen möglich war. Und ich bin da auf ein sehr engagiertes, offenes Klima gestoßen und ein super arbeitendes Team. Wir kommen gleich zu einer Frage, die im Moment viele beschäftigt, nämlich die nach der Tracing-App, mit der sich die Kontakte zu Infizierten registrieren lassen sollen. Wann kommt die eigentlich? Ja, ich bin ja sehr früh in den ersten Stunden quasi meiner neuen Arbeitstätigkeit in dieses Thema mit reingerutscht und muss zunächst einmal sagen, dass ich wirklich angetan bin von der Art und Weise, wie das Bundesgesundheitsministerium und auch das Bundeskanzleramt hier dieses Thema nach vorne bringen. Das Bundesinnenministerium ist ja involviert mit Blick auf die Datensicherheit. Denn eins ist klar, bei der Konzeption und Umsetzung der Tracing-App kommt es elementar darauf an, dass wir hier unter allen Datenschutzaspekten ein Setting realisieren, das Vertrauen schafft, das transparent ist, Open Source ist und einen bestmöglichen Schutz bietet. Warum ist man noch nicht so weit? Manchmal hat man den Eindruck, die Impfstoffentwickler sind optimistischer als die App-Entwickler. Ach wissen Sie, ich kenne das gerade aus so Krisenzeiten, wo aus vielen Bereichen gesagt wird, ich habe die perfekte Lösung, das stellen wir innerhalb von einem Tag live. Wir müssen ja hier feststellen, dass wir in Deutschland, zu Recht aus meiner Sicht, nicht nur im Föderalismus, aber auch mit Blick auf den Datenschutz, wo eine extrem hohe Priorität drauf liegt, wir Vertrauen aufbauen und auch darstellen wollen. Und das gilt genauso auch für die Corona-App. Und insofern ist es völlig legitim, dass wir uns die Zeit nehmen, so ambitioniert der Zeitplan auch ist, der aber erforderlich ist, um hier auch eine vernünftige Lösung anzubieten. Ich glaube, das Setting, wie es derzeit angegangen wird, ist wirklich weltweit beispielgebend. Ich bin überzeugt davon, dass die App gut ankommen wird und wir werden da auch in kurzer Zeit zu einer Produktivsetzung kommen. Ich will jetzt hier kein Datum nennen, danach hatten Sie ja gefragt, das, glaube ich, wäre jetzt vermessen. Aber eins kann man sicherlich festhalten, das wird jetzt kurzfristig in eine Produktivsetzung kommen. Es gibt also in anderen Ländern Apps, die schon funktionieren. Warum mussten wir die neu erfinden? Also wir haben uns die verschiedenen Lösungen ja auch genau angeschaut. Am Ende des Tages ist es wichtig, dass wir hier eine Lösung in Deutschland umsetzen, die unseren rechtlichen Anforderungen Rechnung trägt. Und da finde ich es vollkommen richtig, dass das Bundesgesundheitsministerium zusammen mit dem Robert-Koch-Institut und anderen Beteiligten genau hingeschaut hat. Und deswegen ist es möglich, einige Elemente, die verfügbar sind, dort auch mit zu berücksichtigen, aber auch Neuentwicklungen mit vorzusehen. Am Ende des Tages schaffen wir es nur, diese App vielen Nutzern anzubieten und dass sie auch von diesen genutzt wird, wenn das erstens Open-Source-mäßig transparent ist, was dort stattfindet und zum anderen auch eine Verlässlichkeit da ist, was den Datenschutz anbelangt, sodass die Daten also auf dem Handy verbleiben und jeder Herr seiner eigenen Daten ist. Gibt es innerhalb Europas da Austausch über diese Systeme? Denn die Briten oder die Franzosen oder die Spanier, die Italiener, die hätten ja wahrscheinlich auch Bedarf für so ein System. Selbstverständlich. Da werden intensive Gespräche aus den Ministerien heraus mit den Partnern in Europa geführt. Letztendlich sind alle ja mehr oder weniger an so einer Lösung dran. Wichtig erscheint uns hier auch eine Interoperabilität zwischen den verschiedenen Systemen sicherzustellen. Klar, jetzt steht erstmal im Vordergrund, dass schnell diese Dinge produktiv gesetzt werden. Aber es ist gut und richtig, dass wir in einem sehr engen, ich will mal sagen fast täglichen Austausch mit den Partnerländern, sind, was deren Lösung anbelangt, wo man voneinander lernen kann, wie wir das kompatibel machen. Denn ich glaube auch, dass mittelfristig europaweit hier so etwas natürlich hilfreich ist. Genau. Interoperabilität bedeutet dann, dass theoretisch die französische App sich auch mit der deutschen verstehen kann. Ja. Also, dass dort eben die Kontakte auch sozusagen international registriert werden können. Korrekt, ja. Kommen wir jetzt mal zu dem Thema der Digitalisierung allgemein. Die App ist ja sozusagen nicht ihre Hauptbeschäftigung, sondern es geht ja darum, irgendwie Deutschland insgesamt in der digitalen Welt weiter nach vorne zu bringen. Wir sind jetzt auf viele Schwierigkeiten gestoßen. Leitungskapazitäten, fehlende Interoperabilität von Videokonferenz, Apps und so weiter und so weiter. Würden Sie sagen, Deutschlands digitale Schwäche, die so oft beschrieben wird, ist jetzt in dieser Phase endgültig aufgeflogen? Also, man muss sagen, in solchen Krisensituationen ist es ganz normal und es gehört zu einer Definition von Krise dazu, dass wir quantitativ oder qualitativ an Grenzen geraten. Die Situation, die wir jetzt erlebt haben, die hätten wir vielleicht zum Ende des letzten Jahres uns noch nicht vorstellen können, wo wirklich x-fach in Homeoffice gearbeitet wird und neue Wege genutzt werden. Wir haben natürlich skalierbare Systeme, aber auch da sind eben Grenzen vorhanden, vor allem wenn es darum geht, auch auf sicheren Wegen miteinander zu kommunizieren. Deswegen sind ja auch alle Anstrengungen unternommen worden, auch im Innenministerium. Ich habe mir das angeschaut, dort sind die Kapazitäten innerhalb von wenigen Tagen ja verdoppelt, verdreifacht worden, was zum Beispiel Videokonferenzmöglichkeiten in der Bundesverwaltung anbelangt. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir ja quasi permanent an diesen Dingen dranbleiben müssen, weil eins ist uns klar, die Digitalisierung, die steht am Anfang, faktisch steht sie immer am Anfang, qua Definition ebenfalls, weil wir permanent daran arbeiten müssen, die Dinge weiterzuentwickeln. Insofern hat mich das nicht überrascht. Ich glaube, es ist klar, dass das ein Dauerthema ist und manchmal ist es auch hilfreich, wenn man eben nochmal den Wert von Digitalisierung, die jetzt kein Selbstzweck ist, wirklich auch nochmal ganz klar vor Augen geführt bekommt und zwar ein jeder in dieser Republik, welchen Nutzen dahinter steht. Und deswegen freue ich mich auch erstmal, wenn da die Nutzerzahlen hochgehen in den verschiedenen Bereichen. Aber klar, da sind auch Hausaufgaben mit verbunden. Stichwort Datensicherheit. Sie sprachen schon davon, dass viele Daten jetzt in den Videokonferenzen und auf anderem Wege unterwegs sind. Gibt es da eigentlich jetzt mehr Versuche, illegal darauf zuzugreifen? Hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik jetzt besonders viel zu tun? Es sind mehr Anfragen, Vorgänge da, aber das verwundert ja auch nicht. Da, wo Digitalisierung, Homeoffice, verschiedene Dinge auf dem Tisch liegen und auch mehr genutzt werden, kommt es in der Quantität natürlich auch dazu, dass sich die erhöht. Allerdings sind jetzt keine neuen Fallstricke oder qualitative Art da völlig neue Welten offenbart worden. Insofern treffen diese Anfragen hier hocherfahrene Kolleginnen und Kollegen. Wir sprachen schon davon, wir sorgen uns um die Sicherheit der Tracing-App, um unsere Daten, die wir über diese Kontaktverfolgung möglicherweise preisgeben. Aber liegt das Problem vielleicht an anderer Stelle? Machen wir mit den unsicheren Videokonferenzprogrammen die Türen auf? Also ich glaube, dass beide Bereiche gleichermaßen wichtig sind und bei den Videokonferenzen fehlt es vielleicht hier und da an der Sensibilität. Ich glaube, es ist richtig, dass wir darüber informieren und das tun wir als Innenministerium zusammen mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Ich wurde jetzt oft auch in diesen Tagen gefragt, ah, da gibt es einen lokalen Anbieter, der macht Videokonferenzen und hat auch gleich E-Kollaborationstools dabei, die nutze ich jetzt für meine Firma oder für meine Behörde. Da sollte man ein bisschen vorsichtig sein und genau hinschauen. Zum einen, welche Daten will ich da eigentlich austauschen und zum anderen, gibt es dort Zertifizierung oder wo liegen dann eigentlich die Daten, die man verwendet? Denn eins ist klar, wir müssen sicherstellen, dass wir hier eine Infrastruktur nutzen, die auch unter Sicherheitsaspekten höchsten Anforderungen genügt, gerade dann, wenn es auch um sensible Daten geht. Das geht insbesondere für die Verwaltungen, denn da werden in aller Regel auch über Videokonferenzen höchst sensible Daten ausgetauscht. Das muss zwingend sicher sein und hier müssen wir entsprechende Kapazitäten vorsehen. Das tun wir, daran arbeiten wir permanent und man sollte hier schon ein bisschen vorsichtig sein, leichtfertig, kurzfristig, irgendwo einen privaten Anbieter, den man nicht genau kennt, vielleicht lokal verortet nutzt. Da würde ich empfehlen, genau hinzuschauen. Ist das jetzt eigentlich der Traum des Digitalisierungsbeauftragten, weil so viel schneller jetzt vorangeht oder ist das der Albtraum, weil man merkt, oh Gott, ich sitze hier inmitten von Problemen, die alle so schnell nicht zu lösen sind? Also diese Situation ist für mich nicht ganz neu. Ich bin ja beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, wie Sie eingangs gesagt haben, auch in der IT in einer schwierigen Situation gewesen, wo es darum ging, Systeme zu ver-x-fachen und neue Bedarfe abzudecken. Das heißt, die Situation, dass wir komplexe Sachverhalte auf dem Tisch liegen haben, in denen schnell Lösungen gefunden werden müssen, ist mir vertraut. Wichtig ist da, dass man klar priorisiert. Man kann nicht alles gleichzeitig machen, das ist auch klar, aber man muss sich stark fokussieren und das tue ich. Ich habe mir selber auch ein Arbeitsprogramm gegeben, jetzt für die ersten Monate, wo genau diese Fokussierung stattfindet. Das habe ich schon in den ersten Tagen mit den Kolleginnen und Kollegen im Bundesinnenministerium erarbeitet, sodass wir auch klar sagen, okay, jetzt sind eben folgende Maßnahmen relevant. Das arbeiten wir konsequent ab und das ist der einzige Weg, wo man in so einer Situation auch durchkommt. Aber eins will ich auch sagen, weil Sie gesagt haben, ist das der Traum eines Digitalisierungsbeauftragten. Es ist schon ein Stück weit so, dass natürlich bestimmte Krisensituationen manches beschleunigen. Es ist so, dass dann eher Verständnis dafür da ist, weil auch vielen klar wird, Mensch, wie abhängig man doch auch von der IT ist. Mir geht es aber darum, das umzudrehen. Es geht nicht darum, abhängig von der IT zu sein, sondern die IT aktiv zu nutzen. Und da brauche ich die IT nicht überzeugen, sondern ich brauche die Fachseiten oder die Business-Sites in den Unternehmen, die eben die Digitalisierung als ureigene Aufgabe wahrnehmen müssen. Das hat erstmal nichts mit IT zu tun. Wir müssen Verständnis dafür in den anderen Bereichen wecken, dass dort die Digitalisierungstreiber sitzen. Das ist kein Thema, dass man einen Digitalisierungsbeauftragten oder an die IT abdelegieren kann. Ganz im Gegenteil. Dazu sind wir heute viel zu sehr schon im Digitalisierungsgrad vorne. Im Grunde genommen ist jede fachliche Entscheidung oder jede Entscheidung eines Unternehmens gleich mit einem IT-Projekt verbunden. Das sind keine isolierten Welten mehr. Das müssen wir noch ein bisschen stärker darstellen und auch dafür Strukturen schaffen, Arbeitsmethoden weiterentwickeln. Die vielbeschworene Agilität ist ja auch erstmal ein Begriff. Faktisch stehen dahinter klare Methoden und vor allem auch Haltungsfragen. Wie gehe ich Themen schnell und strukturiert an, dass ich zur Lösung komme? Und das geht nur dann, wenn man eben die verschiedenen Seiten mit der IT verheiratet und dort gemeinsam die Probleme löst. Was würden Sie sagen, ist eigentlich die technische oder die psychologische Hürde höher? Also ich bin kürzlich in einem Workshop gewesen mit jungen Führungskräften und da wurde die Frage gestellt, was ist jetzt eigentlich eine moderne Behörde? Was zeichnet das aus und was ist die Hürde dabei? Und da wurde oft gesagt, wir brauchen unser Tablet, mobiles Arbeiten, Work-Life-Balance und diese Dinge sind auch von Relevanz. Ich glaube, dass eine moderne, zielgerichtete Behörde theoretisch in manchen Situationen sogar mit einer Schreibmaschine klarkommen kann, weil es eben, und das ist die Antwort auf Ihre Frage, vor allem eine Mentalitätssache ist. Wie gehe ich mit einer Krise um? Das ist etwas, was wir nicht nur im Bereich der Digitalisierung lernen, sondern auch in anderen Bereichen. Wie gehe ich mit komplexen Themen an in einer Grauzone? Letztendlich sind wir alle Entscheidungsträger. Ja, faktisch die personifizierte Grauzone. Wir haben es permanent mit einem Nebel zu tun und müssen da Entscheidungen, Klarheit schaffen, Licht schaffen und deswegen ist das sehr stark auch eine Haltungsfrage. Wenn es um die psychologische Hürde geht, beim Thema Homeoffice, da gab es ja vor der Krise zum Teil erhebliche Bedenken dagegen, weil Arbeitgeber nicht wollten, dass Arbeitnehmer sozusagen nicht präsent sind, sondern irgendwie zu Hause arbeiten. Da hat sich ja jetzt sehr viel verändert und damit macht man positive, aber auch zum Teil nicht so positive Erfahrungen. Was, glauben Sie, wird bleiben von dieser Veränderung der Arbeitswelt? Also ich glaube schon, dass die Diskussion heute über Homeoffice auf einem anderen Level stattfindet als noch vor einem halben Jahr. Denn ich kenne diese ganzen Argumentationen, dass man gerne die Mitarbeitenden direkt vor Ort hat. Ich kann das auch ein Stück weit verstehen. Natürlich ist es einfacher, wenn ich direkt alle im Zugriff habe. Aber eine Erfahrung konnten wir doch jetzt alle zusammen machen. Die Frage, wie gut jemand arbeitet, arbeitet, wie schnell jemand arbeitet, wie engagiert jemand ist, hängt ja nicht davon ab, wo er sitzt. Ich kann theoretisch auch in einem Bürogebäude, wo zwar faktisch, physisch alle in einem Gebäude untergebracht sind, aber im Zweifel auch dort die Tür zu machen und kann nicht genau sehen, was er dort den Tag macht. Oder einer bringt sich mehr in persönlichen Präsenzdiskussionen ein als ein anderer. Und das Gleiche trifft letztendlich auch auf die digitale Welt zu. Das heißt, wenn wir dort Videokonferenzen, Homeoffice, E-Kollaborationen machen, dann haben wir dort natürlich auch eine Spreizung. Und klar ist, ich bin das ja selber gewohnt, ich hatte ja auch mehrere tausende Mitarbeitende quasi in der ganzen Republik sitzen. Da ist es so, dass da natürlich auch nochmal andere Techniken teilweise in der Führung erforderlich sind, was Lean-Management oder andere Dinge anbelangt. Damit man die auch erreicht, damit die wissen, wohin es eigentlich gehen soll zum Beispiel. Korrekt. Also ich halte viel davon, so mache ich es jetzt ja auch, dass, wenn ich einen Bereich neu dort mitarbeiten darf, wie ich das jetzt im Bundesinnenministerium tue, dort auch einen persönlichen Kontakt zu suchen unter Wahrung aller Schutzvorschriften. Weil ich finde, wenn man dann doch lange zusammenarbeitet, sollte man sich einmal auch in die Augen geguckt haben. Und das ist auch in diesen schwierigen Zeiten durchaus möglich, wenn auch nur eingeschränkt. Aber das heißt ja nicht, wenn ich täglich mit denen zusammenarbeite, dass alle direkt bei mir im Flur sitzen müssen. Das ist ja völlig utopisch. Und insofern freue ich mich schon auch ein Stück weit, dass wir heute einfach doch nochmal ein bisschen auf einer anderen Ebene über diese Dinge diskutieren. Ich bin überzeugt davon, der Trend geht nicht weg. Ganz im Gegenteil, wenn wir mit Blick auch auf Umweltschutz und andere Themen schauen und auch auf Kosten, Wirtschaftlichkeit, dann spricht vieles dafür, dass wir Homeoffice auch langfristig haben werden. Und dafür müssen wir die Instrumente sicherlich bereitstellen, aber vor allem auch das Know-how, wie führe ich diese Bereiche? Und da konnten wir alle jetzt gemeinsam nochmal weitere Erfahrungen machen. Nochmal kurz zur technischen Seite. Wenn jetzt alle wie wild digitalisieren oder jedenfalls im größeren Stil Hard- und Software anschaffen, die vorher noch nicht da war, laufen wir da nicht in die nächste technische Falle, weil die improvisierten Strukturen sich nicht verstehen? Also ich glaube, das kommt darauf an, welchen Bereich wir da betrachten. Das, was wir erkannt haben in der Situation, ist eher die Frage, wie sehr machen wir uns abhängig von einzelnen, wenigen Lieferanten, die dann vielleicht die perfekte Lösung bereitstellen. Ich glaube, eine gewisse Diversität an der Stelle ist wichtig, auch wenn wir die Souveränität unseres Staates und der Daten eben betrachten, dann gehört eben eine gewisse Diversität auch bei Herstellern und bei Anbietern dazu. Und es ist richtig, dass wir dabei auch betrachten, dass wir eben nicht nur von einem Staat oder von einer Firma diese Produkte einsetzen. Diese Komplexität werden wir also immer haben, ein Stück weit. Es muss zusammen passen und deswegen ist es richtig, dass wir auch aus dem Innenministerium heraus klare Empfehlungen aussprechen und uns auch mit den Bundesländern zusammen abstimmen. Was sind die Standards, auf denen wir uns begegnen? Das muss für die Verwaltung gelten, aber auch genauso letztendlich für die Wirtschaft ein Stück weit in den Branchen, dass man sich da auf gewisse Standards verständigt. Ich bin übrigens froh, dass wir mit den Bundesländern 16 Motoren für die Digitalisierung haben. Ich bin auch beeindruckt davon, das konnte ich bei den Maßnahmen, die im Rahmen des Online-Zugangsgesetzes umgesetzt werden, auch erkennen, wie sehr auf einer gemeinsamen Basis diese Dinge nach vorne getrieben werden. Ich freue mich da auch auf die Zusammenarbeit mit den Bundesländern. Und ich finde, dieses Setting im Föderalismus zeigt, dass das eine gehen kann, Diversität sozusagen bei den Anbietern, Herstellern, aber gleichzeitig auch die Definition von Standards, sodass dann hinterher auch alles noch miteinander kommunizieren kann. Wir erinnern uns aber auch daran, dass beispielsweise die Bundeswehr oder die Polizeien der Länder versucht haben, neue digitale Funktechnik zu installieren und selber zu entwickeln, riesige, milliardenschwere Projekte, die dann am Ende irgendwann entweder nicht funktioniert haben oder nicht richtig funktioniert haben oder nur zum Teil funktioniert haben. Sind wir über diese Phase, in der solche Großprojekte in der Digitalisierung scheitern können, eigentlich hinweg? Also eine Erfahrung ist sicherlich, dass wir uns diesen Dingen auch schrittweise modular nähern müssen. Ich glaube, es ist unwahrscheinlich schwer, wenn wir die eierlegende Wollmichsau kreieren wollen, die quasi jedes Bundesland, mal losgelöst jetzt von dem Beispiel Polizei und dem Bund und alle Kommunen gleichermaßen glücklich macht. Deswegen sind wir dazu übergegangen, Services, die auch von Bundesseite entwickelt werden, vor allem auch von den Ländern, zur Verfügung zu stellen, sodass andere dieser dann nachahmen können. Und auch da müssen wir uns ein Stück weit mentalitätsmäßig dran gewöhnen. In dieser Komplexität der Sachverhalte, der Fachverfahren, die wir in der Verwaltung zum Beispiel haben, wäre es vermessen zu sagen, wir kreieren gleich das, was 100 Prozent, 150 Prozent funktioniert. Gerade die Verwaltung in Deutschland hält oft daran fest, auch das wirklich Perfekte machen zu wollen. Das ist gut, das ist nachvollziehbar und eine gute Motivation. Fakt ist aber, dass man sich manchmal auch mit 80 Prozent zunächst zufriedenstellen sollte und das produktiv setzt und dann daran arbeitet. Das bedingt aber auch eine Akzeptanz bei den Bürgerinnen und Bürgern, dass man sagt, okay, das ist jetzt mal eine Kernfunktion, die dort abgebildet ist, das wächst dann noch weiter. Weil sonst, wenn wir immer nur das Perfekte produktiv setzen wollen, dann werden wir nie fertig werden. Denn in der Zwischenzeit gibt es schon wieder neue Entwicklungen, wo zu Recht Menschen in Deutschland sagen, ach, warum ist das noch nicht möglich? Also insofern bin ich ein Verfechter davon, zu sagen, wir sollten nicht überambitioniert sein, wir müssen engagiert sein und gucken, dass wir auch schnell Dinge umsetzen können, auch wenn sie dann nicht immer den letzten sozusagen in Deutschland vielleicht gleich von Anfang an zufrieden stellt. Wenn wir jetzt über die Digitalisierung in dieser Krisenphase reden, dann reden wir ja vor allem über sozusagen Telefonieren, also Videokonferenzen, Kommunikation und das Verschicken von Dokumenten, das sichere Verschicken von Dokumenten. In der Digitalisierung sind wir doch aber eigentlich auch schon einen Schritt weiter. Also wenn wir jetzt über Digitalisierung 3.0 reden, dann geht es da doch eine weitere Ebene. Spielt das jetzt auch eine Rolle? Absolut. Ich hatte ja eingangs auch von dem Programm gesprochen, was wir jetzt im Ministerium auch als Programm abarbeiten. Dazu gehört eben auch zum Beispiel das Thema Identität. Hört sich jetzt erstmal ein bisschen abstrakt an. Ich glaube aber nach Corona sozusagen dieser Situation, die wir jetzt erlebt haben, ist das nochmal vielen bewusst geworden, wie wichtig eine digitale Identität ist. Denn wenn Sie heute ein Auto kaufen oder irgendwas anderes, dann legitimieren Sie sich ja in der analogen Welt in der Regel auch mit Ihrem Personalausweis. In der digitalen Welt tun Sie das oftmals eben mit Ihrem Account von Social Media oder mit Ihrer Kreditkartennummer. Und ich glaube, da tun wir auch als Verwaltung gut, dass, wenn wir über eine digitale Identität sprechen, wir nicht nur meinen, okay, da spricht jetzt eine Bürgerin, ein Bürger mit der Behörde und identifiziert sich damit, sondern auch für den Rechtsverkehr insgesamt solche Identitäten zur Verfügung stellen. Da gibt es ja auch schon Vorhaben, die angestoßen sind. Deswegen geht das Thema Digitalisierung deutlich über das Thema Videokonferenz hinaus. Im Gegenteil, dieses Thema Videokonferenz ist eigentlich etwas, was da sein muss. Das ist genauso wie Rechenkapazität. In Zeiten der Cloud und anderen Bereichen muss es zunehmend selbstverständlich sein, dass diese Kapazitäten da sind und auch leicht skalierbar sind. Da sind wir noch nicht ganz da, wo wir sein wollen, aber ich bin überzeugt davon, dass wir auch über den Sommer hinweg dem nochmal einen deutlichen Schritt näher kommen. Aber am Ende des Tages ist das sozusagen sowieso die Hausaufgabe. Wir müssen uns aber ein Stück weit der Kür zuwenden und das sind echte Zukunftsfragen, die hier von der Digitalisierung behandelt werden müssen und denen will ich mich auf jeden Fall zuwenden. Vielen Dank. Das war Markus Richter. Vielen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank, Herr Siebert. Ich werde mich hier in den nächsten Tagen mit weiteren Gesprächspartnern aus der Bundesregierung unterhalten und ich hoffe, Sie sind auch dann wieder dabei. Das war Corona Aktuell, der Podcast der Bundesregierung. Aktuelle Informationen unter bundesregierung.de slash coronavirus virus.